Pneumonie-Prophylaxe Die Lungenentzündung zählt zu den häufigsten Komplikationen, die während eines Klinikaufenthalts auftreten können. Dieser Film soll Ihnen Atemtechniken vermitteln, mit denen Sie das Risiko einer Lungenentzündung verringern können. Übung 1 – Atmen gegen Widerstand Diese Übung können Sie in Rückenlage oder im Sitzen durchführen. Atmen Sie langsam und tief durch die Nase ein. Spitzen Sie die Lippen und atmen Sie gegen den leichten Widerstand der Lippen aus. Die Lippen liegen locker aufeinander. Wiederholen Sie die Atemübung dreimal hintereinander und machen dann eine Pause. In der Pause atmen Sie normal weiter. Übung 2 – Richtungsatmen Bauchatmung Diese Übung können Sie in Rückenlage oder im Sitzen durchführen. Legen Sie beide Hände auf den Bauch. Atmen Sie nun langsam und tief durch die Nase ein, bis sich Ihr Bauch unter Ihren Händen hebt. Atmen Sie dann gegen den leichten Widerstand der Lippen wieder aus. Konzentrieren Sie sich während der Atmung gezielt auf das Heben und Senken des Bauches. Wiederholen Sie die Atemübung dreimal hintereinander und machen dann eine Pause. In der Pause atmen Sie normal weiter. Dann wiederholen Sie die Übung. Brustatmung Diese Übung können Sie in Rückenlage oder im Sitzen durchführen. Legen Sie zunächst beide Hände auf das Brustbein. Atmen Sie langsam tief durch die Nase ein, bis sich der Brustkorb unter Ihren Händen hebt. Atmen Sie dann gegen den leichten Widerstand der Lippen wieder aus. Konzentrieren Sie sich während der Atmung gezielt auf das Heben und Senken des Brustkorbs. Wiederholen Sie die Atemübung dreimal hintereinander und machen dann eine Pause. In der Pause atmen Sie normal weiter. Dann wiederholen Sie die Übung. Flankenatmung Diese Übung können Sie in Rückenlage oder im Sitzen durchführen. Legen Sie beide Hände an die unteren Rippenbögen. Atmen Sie langsam und tief durch die Nase ein, bis sich die Rippen unter Ihren Händen heben. Atmen Sie dann gegen den leichten Widerstand der Lippen wieder aus. Konzentrieren Sie sich während der Atmung gezielt auf das Heben und Senken der Rippen. Wiederholen Sie die Atemübung dreimal hintereinander und machen Sie dann eine Pause. In der Pause atmen Sie normal weiter. Dann wiederholen Sie die Übung. Übung 3 Schnüffelndes Einatmen Sie sitzen oder liegen und legen beide Hände locker in den Schoß. Atmen Sie nun dreimal kurz und kräftig durch die Nase ein, bis Sie maximal eingeatmet haben. Atmen Sie dann gegen den leichten Widerstand der Lippen wieder aus. Wiederholen Sie die Atemübung dreimal hintereinander und machen dann eine Pause. In der Pause atmen Sie normal weiter. Dann wiederholen Sie die Übung. Übung 4 Dehnlage Diese Übung können Sie in Rückenlage oder Seitenlage durchführen. In der Seitenlage stellen Sie das Kopfteil möglichst flach. Beugen Sie das untere Bein an und strecken das obere Bein lang aus. Den oben liegenden Arm führen Sie über den Kopf, sodass der Arm auf dem Kopf aufliegt. Atmen Sie jetzt langsam und tief durch die Nase ein, bis sich der seitliche Brustkorb hebt und ausdehnt. Atmen Sie dann gegen den leichten Widerstand der Lippen wieder aus. Wiederholen Sie die Atemübung dreimal hintereinander und machen dann eine Pause. In der Pause atmen Sie normal weiter. Dann wiederholen Sie die Übung. Wechseln Sie im Anschluss die Seite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017